So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4 Lost and Damned. Ähm, gleich mal vorweg, ich hab Kontrast ein bisschen hochgestellt, Sättigung hab ich voll aufgedreht. Ich hoffe, es passt euch jetzt so, dass vorher waren einfach die Standard-Einstellungen und ich hatte ehrlich gesagt kein Problem damit. Aber gut, ähm, ja. Boah, die Heavy Metal Musik, oh, die macht mich schon wieder fertig. Ähm, ich hab Auto-Aim, hab ich auch ausgeschalten, weil ich mal ein bisschen Herausforderung brauch und das war einfach viel zu einfach und ich hab mir nochmal das letzte Video angesehen. Und ja, allen Anschein nach hab ich meine eigenen Gang-Kollegen erschossen. Ja, das passiert schon mal, wenn man dann im Gefecht ist und die sehen ja auch alle gleich aus, also, naja. und ich hab mich aus dem Gefecht. Ich verstehe, was ist da? Was ist da? All kinds of shit ist da, Billy, all you gotta do ist grab it. Und das macht dich, was? Ein, äh, shitgrapper? Shitgrapper? Wow, ich liebe, wie du das gemacht hast. Es war sehr gut, sehr clever. Almost wie eine Schöne, nur es war nicht lustig. Johnny, du kennst Ray? Hey. Ray Bodino? Hey, mein Bruder, Johnny. Johnny the Jew. Johnny the Jew, wie in der Hölle ist das? Doe mir ein favorit, er wird das Degenerate aus dem Gefecht, okay? Right? At least, until he's paid with you. I'll do my best. Yeah, later. What's he selling you? Toys, my boy, Toys. Now, come on, let's go! Man, where are we going, Bill? Pay somebody a visit. Billy, man, please don't be a dick. Johnny, you seem a little tense lately. Have you considered some analysis? Maybe a day spa? High colonic? Colonic? Wir haben da einen Kollegen, der im Rollstuhl sitzt, Mann. Ich glaub, der kann aber nicht mitkommen. Naja, egal. Billy hat wieder irgendeine Scheiße vor. Und wir müssen ihn unterstützen, Mann, ey. Fahr doch! Scheißtyp. Mein Gott. Hey, ich find das jetzt aber ein bisschen zu farbenfroh, oder? Das ist doch jetzt nicht mehr your lost and damned. Ich glaub, ich stell das nochmal ein bisschen runter. Ich find das ein bisschen zu viel Farbe. So, das war Standard. Oh. Ja, so ist in Ordnung, denke ich. So kann man's lassen. Oder? Ja, sieht schon besser aus. Sehr gut. So, lassen wir das jetzt. Ups, da hätte ich... Ah, falsche Taste. Da hätte ich fast Billy erschossen. Oder einen anderen. Von uns. Naja, um Billy wär's ja nicht schade gewesen. Wie kann man die Kamera umstellen? Ja, alles cool. Wo seh ich denn gleich nochmal, wie es unseren Gang-Kollegen geht? Oh. Das wär jetzt die Frage. Nee? Egal, Mann. Scheiß drauf. Aber du musst denn, wenn Billy irgendwas zu erledigen hat, der immer gleich die ganze Gang mitnehmen. Das ist voll nervig, Mann. Oh, das Taxi tickt hier voll aus, oder was ist los, Mann? Mit Pisser. Scheiße. Was ist mit dem fucking Taxi los? Ich glaub, der will Billy umfahren. Ich werde ihn nicht aufhalten. Ey, ich komm nicht hinterher. Super. Ey, du dummes Taxi. Was geht ab? Schwein. So, ich bin wieder da, Billy. Oh, fuck, Mann. Jetzt hat's mich fast geschmissen. Yay. Wo fahren wir denn hin? Wär echt interessant. Zu wissen. Ich fahr einfach mal vor. Ich hab ja die Markierung. Ne, Billy? Ihr kommt danach. Bisschen alleine rumfahren macht auch mal ganz Spaß. Und nicht immer die ganze Gang dabei haben. Geben ja schön langsam auf den Piss. Aber gut. Da muss man wohl durch. So. Mein Phrase ist das Wald. Ne, wir sind gleich da. Achtung. Achtung. Ich muss hier abbiegen. Danke. Du, du, du. Da muss man ja hier mal anderen Radios händen. So. Ich bin der Erste. Bam. So, ihr seid auch schon da. Ihr seid der Doktor in die Stelle. So. Lüge. 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 Der kleine Fettsack mit der Brille, der ist auch so schwul, Mann. Ey, da schlägt Billy immer das Arschloch aus. Unglaublich, Mann. Das ist doch eine Lüge. Der, das waren doch die nicht. Das waren wir. Das waren wir mit Nico, du Pussy. Und jetzt? Jetzt kommen sie raus, oder? Ja. Oh, die schießen schon. So. Ich muss jetzt aufpassen, wie am Auto-Aim aus. Also keine Scheiße bauen. Ähm, ja. Ach, ich hab den Granatwerfer noch am Start. Ja, können wir noch eine hinballern hier. Und da hinten vielleicht auch noch. Oh, da fliegen die Körper rum. Bäm, Alter. Ja, Mann. Und da noch eine. So. Haben wir alle? Ne, da kommt noch mehr. Uh, das ist gar nicht so einfach hier. Ne, ich muss mal von der Deckung raus. Da schießt er irgendwie ganz komisch. Komm schon, jawohl. Oh, da hinten sind ja auch noch welche. Ja, jetzt dauert das. Oh, da kommen welche mit dem Bike. Oh, oh, oh. Lauft mir bloß nicht rein, wenn ich hier rumballere. Ich hab schon so viele Gang-Kollegen verloren. Das ist echt nicht einfach. Witz. Das war mal einfach. Also mit dem Auto-Aim war es wesentlich einfacher. Verreckt doch, du Drecksau. Alter, komm schon. Geh jetzt voll drauf. Die halten aber echt nicht schlecht aus. Muss man ehrlich sagen. Ey, komm schon, das wird ein Headshot. Jawohl. So, da haben wir noch ein paar. Ach, ich mach das voll alleine. Johnny, der Jude, der packt das alleine. Ey, wie viele kommen denn dann noch? Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, oh. Wie viele sind denn das? Sind das? Ja, ist sicher Angels of Death hier. Die gegnerische Gang. Und Billy will die unbedingt tot sehen. Uh, das war nicht. Boah, da kommen noch mehr. Fuck, 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 fuck. Also, ich weiß nicht, ob da noch mehr kommen. Ich bin fast down. Ja, leck mich fett. Gibt's hier irgendwo ein Midi-Pack oder so? Weil sonst bin ich wirklich weg. Oh, vielleicht hier hinten irgendwo. Nö. So, oh, jetzt hab ich die Kamera verstellt. Das ist keine gute Idee. Ähm, ich bräuchte ein Midi-Pack. Das wär voll geil. Haben wir hier irgendwo eins? Scheiße. Gibt's ja nicht. Sonst liegt immer irgendwo ein Midi-Pack rum. Fuck. Okay. Uh, 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 ich hab echt Schiss, man. Billy, geh vor, du kannst sterben von mir aus. Ich bin wichtig, man. Wie? Ja, wie kann man da gleich nochmal in Deckung gehen? Hast du den? Du hast den, oder? Ich kann... Na, ich werd sterben. Sowas von. Ich werd sowas von sterben, man. Fuck. So, genau. So kann man in Deckung gehen. Aber man kann sogar blind feuern. Das ist sehr gut. Oh, oh, fuck. Da hat mich einer getroffen. Das hat sich angehört wie Nico Bellig, man. Sehr cool. So, Billy. Lass, äh, geh mal rein, bitte. Schieb deinen weißen, feigen Arsch da rein und töte alles, was sich dir in den Weg stellt. Oh, fuck. Ich werd sterben. Ich werd sowas von sterben. Ja, war klar. Ein Schuss, dick, öh, vorbei. Fuck, Alter. Ich war vorher zu aggressiv. Müssen wir nochmal ran. Ich darf nicht so aggressiv rangehen. Oder ich mach den ganzen Schüssel außerhalb. Der Bar mach ich mit dem Granatwerfer. Und, scheiße, was ist jetzt los? Ach, fuck. Ich bin beim Krankenhaus, oder? Fuck. Ich, äh, lesen. Nochmal versuchen, ja. Sehr schön. Kann ich jetzt nochmal hinfahren, oder? Eie, komm schon, Mann. Mach keinen Scheiß jetzt. Natürlich kann ich nochmal hinfahren. Kacke. Nee, sehr gut. Hier. Ja, überspringen. Bäm, Alter. Ist gut. Äh, ich bleib jetzt in Deckung und werd nur den Granatwerfer benutzen. So einfach ist das. Wenn Billy und Sean den Granatwerfer gibt, dann kann man den auch gerne mal benutzen. So, jetzt komm, auf geht's. Jai. So, Tick-Tack. Bäh, halt die Fresse. Ja, raus aus den Federn. Zack. Boah, das war eine schön platzierte Granate. Kann man einfach nicht anders sagen. Oi. Die war schlecht, aber. Boah, da fliegt alles in die Luft. Sehr gut. Ah, ich geh gar nicht erst aus meiner Deckung raus. Das seh ich gar nicht erst. Da ist einer. Er schießt ihn. Er schießt ihn. Ich verschwende keine Granate für den Sack. Oh, fuck. Geh. Oh, was zum Teufel, ey. Oh, was für ein schöner Headshot. Ohne Auto-Aim. Ja, komm schon. Stirb doch endlich mal. Ja, die halten schon echt gut aus, muss man mal sagen. Ah, da ganz hinten ist auch noch so ein Sack. Und da sind wieder welche gekommen. Scheiße, ey. Komm schon, komm schon. Boah, wo ziele ich denn hin? Wo ziele ich denn hin? Sehr schön. Gibt's doch nicht, dass ich keine einzige Kugel getroffen habe hier. Jetzt. So, da müsste noch einer sein. Jupp, haben wir alle? Okay, sehr gut. Und ich habe echt noch, ja, verhältnismäßig viel Leben. Aber es ist jetzt auch nicht wirklich so viel. Also, keine Besonderheit. Ah. Ja, brauchen wir überhaupt die Munition? Ja, schon doch. Ich stehe total auf Munition. Vor allem, wenn man nicht dafür bezahlen muss. Beste. Beste. Komm, sammle ein und dann gehen wir da rein. Ja, okay, passt jetzt schon. Äh, wir nehmen aber das Schrotgewehr zur Hand, ja. Billy, halt die Fresse. Keiner mag dich. Dass der nicht sterben will. Jetzt ist er down. Oh, die halten aus. Ist gar nicht gut. Okay, andere Waffe. Ha! Und schon stirbt er. Wow. Ja, versteck dich hinterm Stuhl. Der Stuhl hat sehr stabil ausgesehen. Doch, ergibt auch Sinn. Ich hätte mich auch hinter dem Stuhl versteckt. Auf jeden Fall, Mann. Okay, äh, Stuhlgewehr her. Komm schon. Okay. So, dann gehen wir mal rein. Ey. Was zum Teufel? Was machst du da? Knie dich nicht da hinten hin, du Idiot. Scheiße. Da ist er. Bam, Alter. Keine Chance. Pass auf, Billy. Da ist einer. Oh, da ist ein Midi-Pack. Sehr schön. Mein Gott. Und echt? So weit habe ich es gestern. Gestern? Ich meine, beim letzten Versuch nicht geschafft. Ich hätte bloß hinter die Bar springen müssen und da wäre ein fucking Midi-Pack gewesen. Billy, brauchst du Hilfe? Ha? Oh, der brennt. Wehe, der zündet mich an. So, sehr gut. Am liebsten würde ich dir jetzt so den Kopf wegballern, ey. Weil es halt auch eiskalt eine Lüge ist, dass die hier Jason erschossen haben. Au! Der schießt da blind rum. Fuck. Ich dachte, der würde rauskommen oder so. Oh, das war schlecht. So, sind alle down? Billy, du bist eine Schwuchtel. Billy, du Schwuchtel. So, was ist jetzt los? Oh, die Deadbeats haben sich einen schütteladen von Heroin. Back es auf, Johnny. Wait, ich verstehe. Was? Ich dachte, das war ein Payback für Jason, Mann. Was ist das? 2 Millionen in Armcadien ist ein Payback als ich kann denken. Komm, Bruder! Hold deinen fucking Horsen, Mann. Jetzt werden wir sie schütteln? Slow down. Slow down, huh? Hold up. Wait. Oh, thank you. Jesus. Physik-lässt, Fuckball. Do you know how motorcycles work? Do you, Johnny? You about to get screwed. Centrifugal inertia. Meaning, the quicker your wheels go, the more stable you are. The faster we go, the harder we hit it, the more us brothers pull together. That's why we do what we do. That's how we do what we do. Why, how. They're the same fucking thing. We go faster, longer, and harder. That's how we stay together. Brian, shut up. What the fuck are you talking about? You gotta stop reading them shitty internet sites, Mann, and start thinking about what you're doing to us. We lift this shit right now, and every deadbeat on the East Coast is gonna come after our chapter. Well, that's something you're later will have to worry about. Not you, soldier. Brian, grab the shit. Oh, alter, Johnny, hol deine Knarre raus, steck sie ihm ins Maul, und drück ab. Wirklich, das wär so viel besser einfach. Oh, kacke, ey. Der Typ ist echt nicht ganz dicht. Nicht ganz dicht, wirklich. Ja. Naja, was soll man machen, ne? Er wird schon noch sein Fett wegkriegen, so wie ich GTA kenne. Ja, fahrt einfach ohne mich, ihr Pisser. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Steig auf, komm. Ja, es waren Angels of Death. Wow, hey. Ich gehöre nicht dazu. Ich hab damit nichts zu tun. Ich fall auch überhaupt nicht auf. mit meiner Glatze und meinem, äh, Lost and Damned, hier, Club, Lederjacke. Ja, ich will speichern. Das wär sehr nett. Yep. Es haben alle überlebt, sehr gut. Ich hab diesmal keinen eigenen Mann erschossen. So muss das. Ja, okay, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.